Gut, alles uns, haben alles freigeschalten hier. Alles freigemacht. Selbst dieses Ding haben wir befreit. Wie ist Elektra? Da sieht man 100% Bulle. Ach, da ist ein Bulle drauf. Kann das sein, dass die eine Provinz, wo dieser Bulle war, uns gehört direkt? Wer weiß, wer weiß. Trotzdem das Gefühl, man ist langsamer. Man ist langsamer mit dem Helikopter. Naja. Da ist wieder eine fette Brücke, die wir sprengen können. Ach, ist das schön. Und da ist die andere Insel. Krass, Mann. So eine riesige Welt. Voll schön. Wir können überall tauchen gehen. Wenn wir das so wollen würden. Ach, diese geilen Wege hier. Wunderschön. Hier möchte ich Urlaub machen. Hier möchte ich... Oh, da ist eine Statue. Das erste, was wir machen, ist die Statue weg. Das... Geht nicht. Nicht näher ran. Jetzt bin ich drin im Missionsbereich. Es ist Showtime. Komm, wir müssen noch kaputt gehen. Attackiere Zielpersonen. Alle Einheiten hierher. Das geht nicht. Aber Kong schickt wieder seine Armee. Da müssen wir ja wieder in eine Station oder sowas in Luft jagen. Wir werden es gleich sehen. Polizeistationen. Käpt'n, Treibstofftank, Generator. Das ist natürlich geil. Machbar mit einem Helikopter. Wie man sieht. So. Rico, ich habe ein Fahrzeug für dich markiert. Da drin sitzt ein VIP der Armee. Wie wäre es... Kommuniziert jetzt mal an, ihr Mist-Kerle. Was? Ein Fahrzeug? Mit VIP irgendwas? Sorry, ich habe was anderes zu tun. Wo ist das Fahrzeug? Hä? Ist das ein Boot oder was? Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Wow. Ein Problem, wenige. Wow. Scheiße. Nein. Nein, kein Problem. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschweren. Fuck, Mann. Naja, mach's gut, mein Freund. Er war ganz cool. So. Ach Mann, da hätten wir so schön die Dings hier kaputt machen können. An alle Einheiten. Zielperson ist entkommen. Haltet die Augen offen. Okay. Hier ist ein Granatlauncher. Das ist gut. Können wir gut gebrauchen. Da ist unser Tank. Ich will hier hoch. Hm. Halt so. Keine Munition. Du musst mich doch verarschen. Na gut, dann halt damit. He he he. Hallo. Legen wir los. Und tschüss. Boom. Headshot. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs durch. So. Die Statue. Die will ich auch noch in die Luft jagen. Wo ist die? Suchprotokoll einleiten. Eine Tankstelle. Finde die Ihnen so schnell es geht. Tankstelle soll man Licht kaputt machen. Okay. Da ist die Statue. Miau. Er ist entkommen, Jungs. Weitermachen. Warte. So. So. Und jetzt weg hier. Wisch. Hahaha. Okay. Nice. Überall sind die komischen... Hier die Dinger sind auch noch überall. So. Nummer eins. Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. Royale Bürger. Royale Bürger. Für den Arsch. So. Was ist denn das hier? Deaktivieren. Wie deaktiviere ich das Ding denn? Keine Ahnung. Ups. What the fuck? Was ist das denn? Er hatte keine Chance, leider. Oh. Nein. Boah. Wie küsst den Kronk nicht an? Unterstützung ist unterwegs zu euch. Verstanden? Verstärkung ist unterwegs. Da oben ist noch so ein Ding. So ein Knopf. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Ja, ich bleib auf der Flucht, mein Freund. Hä? Muss ich die vielleicht kaputt machen? Einfach nur? Hm. Das geht nicht. Das geht nicht so einfach. Haben wir noch einen Laut... Einen Lautsprecher haben wir noch irgendwo. Wo könnte der sein? Es ist ja... Hier ist irgendwas... Warte mal. Hier ist irgendwas mit Kioch. Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde die. Und das ist ein Signal. Was ist das für ein Signal? Aha. Ah. Geil. Wir haben ein Dings-Paket bekommen. Leuchtfeuer zur Abwurf-Dingsbums. Gedöns. So, wir müssen aber trotzdem noch mal in die Stadt rein. Wir müssen ja noch ein bisschen was kaputt machen, Leute. So. Er hat einen Fallschirm. Ja, ich hab einen Fallschirm. Da haben wir es doch. Oh, fuck. Wow. Das war ja schon nice. Schaut auf unsere Städte. Formal Erfekt. He, he, he. So, jetzt haben wir das... Ne, das ist noch ein Lautsprecher irgendwo. Da drüben. Und... Kick. Vergesst nicht die Korruption von früher. Polizier. Dein... So. So, dann haben wir noch ein bisschen was anderes. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn so schnell es geht. So, irgendwas machen? Stopp! He, he, he. Miss Alarmschube 2 schon. Kacka. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Schon wieder irgendein Signal. Ein Signal. An alle Einheiten. Der Ativieren steht da. Findet den Rebellen. Verfolgung aufnehmen. Jetzt seid doch mal ruhig krank, ey. Das ist mein Let's Play. Geh auf deinen Kanal. So. Wieso geht denn das nicht? Hä? Die aktivieren. Aber wie? Mit E geht's nicht. Oder muss ich da... Muss dafür Ruhe sein, dass ich... Dass die mich nicht verfolgen, oder? Wir haben eh noch andere Sachen. Äh, die... Captain, Generator, Überwachungssystem, Flagge hissen. Polizistation, komm. Die greifen mal an. Ah! Aua! Mein Kopf! Scheiße! Oh, Mann. Ja, das mit dem Kopf war jetzt nicht so geplant. Alle Einheiten in der Armbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. So. Hallo, meine Freunde. Ich komme. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ob das was bringt? Bring alles mit was du hast. Wow! So, Kronk. Deine Kameraden werden das nicht lange überleben. Verwüstung. Immer gut. Vor allem an dem Ding. Oh, yeah. Wow! Drück mal ja drauf. Was haben wir hier? Hacken. Dann kann ich was hacken. Ja, dann kann ich was hacken. Also hack ich da auch was. Ich frage mich, wie man Granaten wirft. Alter! So, wir hacken das Ding trotzdem. Dauert ein bisschen. Auch meine Rebellenfreunde halten bestimmt den Rücken frei. Hä? Was? Rebellen? Gefängnis? Oh, lol. Das war ein Gefängnis. Müsst ihr jetzt auch noch beschützen, oder was? Was denn? Nein, das hat auch welche Waffen gewechselt. Ich will hacken, Mann. Ich will hacken. Scheiße, was was denn für Müll? Weck ihr mit euch. Toll, jetzt habe ich auch welche Pistolen aufgehoben. Ich wollte gar keine Pistolen. Shit. Wo sind jetzt meine geilen Pistolen, Mann? Meine geilen Miniguns. Scheiße, meine Miniguns sind weg. Hier. Ja, nice. Äh, hier. Ja, doch. Das sind ja eine Art Miniguns. So, was muss man noch machen? Flagge ist ein Überwachungssystem und Captain. Wo ist denn der Captain? Wo soll ich dann wissen, wo der Captain ist? Das ist schade, dass man ja nicht direkt sehen kann, was es bringt. Wo könnte denn hier der Captain sein? Aber das Überwachungssystem verstehe ich nicht. Ach, jetzt geht's, oder was? Hab ich das gerade richtig gesehen? Hab ich das gerade richtig gesehen? Er hat so geleuchtet. Ach, jetzt geht's. Oh. Was? Mit Zeit? Wo ist denn der Anteil? Wo ist jetzt das Nächste? Wird das angezeigt oder nicht? Da. Irgendwas mit 60. Ah, da oben. Da. Ich komme. Ich werde alles verstören. Alles ausmachen. Der Nächste ist da drüben. Ah, das Ding da. Ich komme. Na, lauf. Spring. Irgendwas. Das ist überhaupt noch funktionierendes Ding. Wo ist der Letzte? Da oben? Nee, da drüben. Da. Da bin ich. Nice. Oh. Lol. Ah, keine Muni. Schade. Und tot. So, Flagge hissen. Wo ist die Flagge? Muss die nicht hier irgendwie sein? Da ist sie doch. Hihihi. Oh ja, ein bisschen Muni bekommen. Wie ist euer Status? Bitte komm. Sehr krank. Du kommst zu spät. Yes. Die gehört jetzt uns, die Stadt. Die Garage ist freigeschaltet. Nice. Tunnel Tour. Neue Herausforderung. Ah, ist nur eine Herausforderung bekommen. Sechs Dinger müssen wir hier freischeinen. Oh yeah. Yeah. Juhu. So, dann lass uns mal. Da oben habe ich den Helikopter ja schon gesehen gehabt. Wir wissen ja, wo der Helikopter ist. Die Rebellion hat das bezaubernde Küstenstädtchen Kollesalrosa befreit, Freunde. Schluss mit Lautsprechern, Propaganda-Vans und scheußlichen Statuen. Wir dürfen nicht aufhören zu kämpfen. Ja. Da hat sie recht. Juhu. Fallschirmkletterer. Größte vom Start bis zur Landung. Erreichte Höhe bei einem einzelnen Fallschirm. Was? Muss ich noch ein bisschen höher? Ein bisschen höher muss ich noch. Wie soll ich das machen? Noch höher kommen. Hier gibt es nichts mehr zum Höherkommen. Mist. Naja. Aber er müsste... Also das sind so Dinger... Das sind so Dinger, die müsste man irgendwie direkt angehen. Die müsste man dann direkt, ähm... Ja, machen halt. Direkt sagen. Oh. Okay. Hat ja gut funktioniert. Komm, wir laufen mal ganz normal da hoch. Man muss ja nicht immer mit dem Pfeil da durch die Gegend oder mit dem... Ja, Dingsbums sind durch die Gegend. Ich weiß schon. Mit dem Haken durch die Gegend rutschen. Also, was haben wir hier Schönes? Wir haben hier einfach nur eine Herausforderung, die wir meistern werden. Das ist genau wie die letzte, wo wir noch nicht mal bis zum Ende gekommen sind. Ich hoffe, die werden nicht immer schwerer. Na, war schon kacke irgendwie. So. Ein bisschen höher, ein bisschen höher. Höher. Noch. Tiefer, tiefer. Höher, 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 höher. Ja, wow. Huh. Nein. Fuck. Das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Ein Ring. Nee, das können wir so nicht gelten lassen. Das ist dann doch zu schlecht. Wenn das nicht immer so lange laden würde nebenbei. Guck mal, solche coolen Bilder hier. Die kriegt man noch gar nicht hin. Das sind die Rebellen da hinten. Da brennt alles schön. Oh, so schön. Das ist schön. Okay, diesmal kriegt man es hin. Puh. Springen. Jump into one. Und jetzt. Gut, gut. Gut, gut. Gut. Na, die Kamera ist immer so komisch manchmal. Wow, ein Auto. Auto ist nicht gut. Scheiß drauf. Ja, komm schon. Liegt doch deine scheiß Kurve. Warum fliegst du keine Kurve? No. Das gibt's doch nicht. Bin ich echt so schlecht in dem Ding? Oh Gott. Kann man nicht schnell irgendwie starten? Schnell Neustart. Geht leider nicht. Muss immer wieder laden. Taxi gefälligt aus einer befreiten Provinz sind Schnellreisen immer kostenlos. Was gibt es Schnellreisen? Was? So was gibt's? Interessant. Und hüpf. Alter, ich bin so schlecht. Ich brauche die Geschwindigkeit eigentlich. So. Das ist gut. Das ist gut. Das ist direkt die... Genau. Genau so. Genau so. Yes. Wow. Scheiß drauf. Hauptsache durchkommen. Wow. Wow. Und dann direkt sowas. Komm schon. Komm schon. Oh nein. Komm. Das schaffst du. Das könnte Ärger geben. Schaffst du. Ich liebe Ärger. Komm schon. Rutsch, rutsch, weiter. Rutsch, 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 rutsch. Rutsch doch rein. Oh nein. Das wären vier Dinger gewesen. Scheiß drauf. Drei reichen uns. Drei reichen uns. Wir haben jetzt dieses komische ruhige Hand freigeschaltet. Glaub ich. War da nicht auch was mit ruhiger Hand? Hä? Na gut. War ja ganz nett. Bin auf Platz vier. Ey, Chemie ist überall oben. Ich weiß nicht. Der hat das bestimmt gesuchtet, das Spiel. Oh Gott. So knapp vorm Ziel, ey. Und los geht's. Oh yeah. Oh, das war... Oh, das gehörte der Miliz. Oh, das wusste ich nicht. Entschuldigung, wusste ich nicht. Yeah. Oh, geil. Wie ist die Lage? Bitte komm. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Sehr krank. Alter, ist das ein Fischerboot? Das ist ja geil. Oh, ne Yacht. Ah, die ist mir so schwach. Das ist ja geil. Guck mal, hier ein richtiges Fischerboot. Das ist ja geil. Das war ein bisschen klein, aber... Dann Jet Skis. Alles ist hier unterwegs. Alles vertreten. Und sogar eine Segeljacht. Nice. Ich will den Jet Ski haben. Die sind langsamer als ich. Aber ist schon geil. Also es ist echt eine riesige Welt. Was ich mal machen wollte. Ich wollte mal tauchen. Hier, guck mal, wie tief das runter geht schon. Hallo, mein Freund. Ja, komm schon. Ich erwisch dich schon noch. Den anderen Freund habe ich auch schon erwischt, fast. Müsst langsamer sein. Langsamer machen. Leute, langsamer. Reicht's. Ich erwisch dich noch. Oder wenigstens dein Freund. Wuhuuu. Bam. Jihi. Aber dadurch wird natürlich der Haken länger, Leute. Dadurch wird der Haken länger. So, aber wir springen erstmal hier rein. Und gucken mal unter Wasser. Oh, wunderschön. Alter, guck mal. Das ist komplett unter Wasser-Dingswelt gemaut. Schön. Vielleicht sollte ich mal wieder auftauchen. Man kann ja nie wissen. Ja. Können wir nicht ran. Hilfe, Leute. Hilfe. Jemand in der Seenot. Hehehe. Hab dich verarscht. Ey, wo pisst dich aus meinem Boot? Boom. Oh, das Ding ist natürlich nicht schlecht. Das sieht schön ordentlich an. So. Ist uns aber egal. Wir wollen ja eigentlich jetzt hier einfach wieder aufs Land. Es ist aber hoffentlich noch die gleiche Insel. So. Und tschüss. Ne, de, 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 de. Ah, ich weiß nicht. Wenn man frei rumfliegen kann, ist es irgendwie besser als diese Jump-Dings. Weil man ist so frei. Oh, warte mal hier. Das sieht doch so aus, als wäre das hier. Etwas. Hab ich jetzt was Neues bekommen? Hier. Doch. Ruhige Hand habe ich bekommen. Sonst noch irgendwas freigeschaltet? Irgendwo? Ohne, dass ich es mitbekommen habe? Nein. So. Karte. Ah, nee. Warte mal. Das ist was ganz anderes. Ein anderes Gebiet. Wir wollen natürlich das Gebiet. So, Treibstofftank kaputt machen und so. Das kriegt mal hin, Leute. Ja, um euch kümmere ich mich trotzdem noch irgendwann mal. Irgendwann. Nur nicht heute. Habt ihr Schwein gehabt? Miau. So muss das sein. So macht das Spaß. Wir fliegen durch die Gegend. Und zerstören jeden Scheiß. Weil wir es können. Oh, fuck. Das war knapp. So, da möchte ich jetzt rein. Mal ein bisschen Shoot mitnehmen. Yeah. Hallo, meine Freunde. Ich würde es gerne umprogrammieren. Aber es geht nicht mehr, weil ich es schon runtergeschubst habe. Naja. Was ist hier los? Ach so. Die war noch gar nicht böse auf mich. Ah, geil. Die sind kaputt. Ah, geil. Sieht nach einem Betriebsunfall aus. Erfnitt ihr unser Spiel? Wir haben Feinkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Oh. Kein Problem. Und einmal. Na, komm, dran da. Flup. Hihi. So, flup. Noch irgendwas Geiles zum Kaputt fluppen? Was darfst du hier? Was bist du denn für ein geiles Ding? Und was ist jetzt mit dem Benzin hier, Penner? Oh, yeah. Hahaha. Oh, yeah. Das ist eine geile Waffe. Was muss ich denn noch verstören? Irgendein Radar-Ding? Was? Und Benzin-Zeugs. Bitte komm, hier Zentrale. Was ist da draußen los? Bitte komm. Ja. Das weiß niemand, Kronk. Außer der da. Der weiß zu viel. Was ist das denn da für ein Geiles? Ich bin sowas von bereit. Ich brauche weitere Unterstützung. Oh, geil. Schickt mir Männer ab. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Komm her, mein Freund. Äh. Nicht so ganz. Nice. So, was müssen wir noch kaputt machen? Da ist noch eine Flasche. Okay, das wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ich glaube, hier unter mir ist noch was Leckeres. Bäh. Was sind das? Ah, hier. Ah, da haben wir noch was Leckeres. Komm, dann versuchen wir noch mal sowas hier. Bähm. So ist richtig. Oh Mist. Geht alles kaputt. So. Mal gucken, wer jetzt kaputt geht. Hehehe. Nice. Wow. Alter, was ist denn da unten los? Äh. Ah. Haha. So. Rein da. Los. Fahr rein, mein Autofreund. Jetzt gehe ich kaputt. Explosion. 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 Mist, die Mülle ist leer. Wie geht denn den Granaten? Das können keine Granaten. R. T. T, T, T. F. G. Wie Granate. Gibt es doch gar nicht. Oh. Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Na gut, dann machen wir halt was anderes. Wir benutzen die Dinger wieder. Eins. Zwei. Ja, und dann noch das Auto. Hier noch zwei. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Hohohoho. Ja, wir waren ganz dicht dran. An der Explosion. Kinderspiel. So, überall sind auf einmal Rebellen. Nice. Wirklich überall. Waffen waren hier noch am Boden. Na ja. Die Sniper ist ja ganz cool, aber anscheinend gibt es da keine richtige Munition. Da leuchtet noch was. Da sind Waffen. Ja, das öde, ne? Nachdem ich schon aufgeräumt bin, ist es natürlich öde. Alter, was ist das? Ach, die Sniper ist der Dingsersatz. Okay. Das Ding sieht tödlich aus. Ja, deswegen nehm ich's mit. Hihihi. Mist. Du bist unser Mann, Rico. Juuuuh. Pff. Ja, jetzt. Die Sniper. Ja. vidaa. Ja. Ja. Vielen Dank.